Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Ja, wie ihr sehen könnt, fangen wir heute mal mit der Vlieser Überfall Heist an. Ja, wir haben einfach Bock drauf gehabt und mit denen wir eigentlich zocken, ja. Die können heute leider nicht und deswegen haben wir gesagt, komm, machen wir nicht die andere Heist. Also wir hatten eigentlich was anderes geplant, aber jetzt machen wir einfach Vlieser Überfall. Natürlich wieder dabei Spongebob. Hallo. Ja, und ich natürlich. Black Dragon, wie immer. Ja, eigentlich auch offensichtlich, wenn ich hier die Anmodi mache, aber egal. Gut, ich würde sagen, wollen wir mal anfangen, wa? Wir müssen ja auf keine anderen beitretenden Spieler warten. Fang einfach mal an zu starten. Ich hab gedrückt. Los. Jetzt aber, Dalli. Zack, 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 zünnlich, zügig. Witz, komm raus. Ist das ein schönes Outfit. Was hast du denn da angezogen? Hallo, Luxus. Was dann für einer? Läster. Oh, du hast übersprungen. Stell dir vor. Die Zuschauer kennen halt eh alles in- und auswendig, aber wir haben einfach fun. Die heißen fast ein Jahr raus, weißt du? Deswegen denke ich mal, ihr habt das eh alle gesehen. Ja, aber guck mal, keiner macht das so. Oder fahr du mal, ich hack. Ich kann besser hacken, glaube ich, weil hacken ist richtig schwer. Oder das heißt richtig schwer, aber du wirst ausrasten, sagen wir mal so. Ja. Hacken ist echt scheiße. Müssen wir mit der Kartoffel mitfahren? Ja, die Karre ist richtig lahmarschig und richtig wendig, wirst du vielleicht noch merken. Ne, ich meine mit der Kartoffel auf dem Rücksitz. Achso, ja. Was machst du da? Ich hab wieder mal kurz die Leertaste gedrückt und der tut so, als hätte ich eine halbe Stunde gedrückt. Guck! Äh, fahr keine Passanten um und schieß nicht, weil, ja, dann steht da, werde die Polizei los. Und dann ist es richtig scheiße mit Lästers Kiste. Ja, mit der Kiste ist auch scheiße zu fahren. Ich weiß, das Ding ist voll der Müll. Statt da mal so ein T20 steht, weißt du? Ja, Mann. Aua. Scheiße. Wir sind 300 Meter gefahren, haben keine, ähm, kein Fahrerfenster mehr, keine Frontscheibe mehr, haben uns jede Menge gekreist da. Bei mir haben wir noch alle Fenster. Woran liegt das? An den Fahrerskills oder an dem Auto? An dem Auto. In der Meinung bin ich auch. Aber ich hab noch alles, ich hab nur ne kleine Beule. Okay, klein, ne? Am Kopf. Ey. Alter, die lenkt nicht mehr die Kiste. Scheiße. Jetzt verabschieden sich so langsam die Türen. Der hat auch nicht auf zu labern, ne? Der hat auch nicht gekreist, weißt du? Ach, Mann. Wenn du richtig übeln abbiegen, wenn du einen Unfall baust, wo wirklich was kaputt geht, dann schreit der in mein Car. Weißt du? Dann rastet er voll aus wegen der Schrottkiste. Ich wär froh, wenn die Kiste kaputt gehen würde, alter, dann würde ich mir ne neue kaufen. Also wir kommen dann mal in so 10 Jahren an, ne, mit der Kiste. Und dann hast du Vollkasko auf dem Auto, weißt du, kriegst du ein neues. Ah, ne, ey. Okay, well, how about we just get there and see you. Will ich's gar nicht haben, weil da würde ich sofort verkaufen. Da krieg ich wahrscheinlich zwar nur einen Dollar für, aber egal. Er hält mal die Schnauze. Da musst du Geld mitgeben, wenn dir das Ding loswerden willst, ey. Ja. Komm, wir fahren die Pöller um. Oh, ich hab einen vergessen. Ist eh anstrengend genug, damit zu fahren, also. Dann lass das besser aus. Ja. Wie Lester hat er einfach gechillt sitzt, weißt du? Du baust hier eine Unfall nach dem anderen. Wir explosieren bestimmt, bevor wir wieder zu Hause sind. Oh, das war jetzt aber perfekt, Alter. Das geht jetzt ohne Ende. Ich sehe es kommen. Die Staffe werden nicht schlafen. Besonders über die Deposit-Boxen. Die Kunden werden wahrscheinlich denken, wie das in ein Bildschirm zu machen. Die Boxen sind in der drüben, hinter der Safe-Tür. Wir wollen Box Nummer 167. Wir sind gerade auf der Straße, mit gutem Zugang. Das funktioniert für dich. Wir können schnell rauskommen. Aber es wird auch für die Körner. Bevor du fragst, er hört den ganzen Rückweg nicht mehr aufzureden. Okay, okay. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Muss ich nochmal mit der Schrottmühle... Ja. Ja, zurück musst du jetzt damit fahren. Toll. Was macht der denn da? Hat der das bei dir auch gemacht? Das Auto. Ja, ich habe mich sogar umgedreht. Der hat sogar noch die KI umgefahren. Jetzt muss ich mal hier das hacken, ein Mist hier. Oh. Tschüss Motorhaube. Oh. Mit dem hätte ich mich nicht anlegen sollen. Äh, nur zu jeden Fall, ich sehe gerade nichts. Ich hack hier gerade. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich habe mich mit einem Bus angelegt. Äh, mit so einem kleinen Transporter da. So einem kleinen LKW. Weißt du, den du auch hast? Mit... wo 16 Leute reinpassen. Oder waren da 10? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder waren da nur 6? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich habe jetzt der zweite gehackt. Der dritte und letzter. Oh. Boah, der soll die Schnauze halten, sonst werfe ich den gleich aus dem Auto. Diese Lache von dem Mann, ne? Ja, Mann. Tschüss Motorradfahrer. Mach keine Polizei. Warum schreist du sonst? Ich habe Polizei. Ne, dann schreie ich. Wir werden die Polizei mit der Kiste nie mehr los. Ich habe alle drei gehackt. Ich kann jetzt wieder zugucken. Okay. Weißt du, was cool wäre? Wenn der Fahrer gleichzeitig hacken müsste. Mann. Lach doch mal. Ich? Ja. Ja, ich höre gerade Les dazu. Der hat so eine schöne, beruhigende Stimme. Die Uniforms. Na ganz ehrlich, komm. Ich will nicht, dass die Kiste hier explodiert. Mach die letzten 1,7 Kilometer jetzt ordentlich. Ich weiß, mit der Karre ist das schwer. Aber es funktioniert. Im Rückwärtsgang. Noch nicht, Mann. Ja. Vor allem, die ist so schnell, die Kiste, wa? Also der T20 fährt rückwärts locker so schnell. Sogar schneller. Alter, hast du das gesehen? Der hat die Abbiegerspur genommen. Komm jetzt, streng nicht an beim Fahren. Du nimmst sie an. Ey, Les, da hat bei mir keine Tür mehr. Bei mir auch nicht. Geil. Ach komm, bitte streng nicht an jetzt. Jetzt wird's lächerlich. Ich kann nichts dafür. Ob jemand, irgendjemand auf der Welt, die Mission zu Ende gespielt hat, ohne die Karre hier kaputt zu fahren. Bestimmt. Ist schwer. Weil man rastet einfach nur, weil der schon so langsam fährt schon aus. Stimmt auch wieder. Abbiegen. Hey, steig doch aus. Ich hab mal mit meiner Schwester hier den Teil gezockt, wa? Gib die Vollgas und fährt die Paige. Oh weißt du, ein bisschen gescheitert. Nochmal neu alles mit der lahmen Kiste. Fährst du? Ja. Die unterhalten sich jetzt gleich wieder. Ah, ich wusste es. Hm. Wow. Was denn? Nee, die. Als du ein Auto gerammt hast. Wow. Hä? Ich hab da nicht gerammt, wa? Bei mir hast du ein Auto gerammt. Das ist genauso wie mit, dass bei mir die Motor und alles noch dran war. Beim, äh, letzten Mal, ey. Oder mit dem Kuruma, das war auch geil. Weißt du, du darfst mit den coolen Autos fahren und ich krieg so ne Schrottrübe. Ich bin mit Absicht ausgestiegen schnell und hab das Ding gefahren. Aber Schluss. Weil, ja, ich wollte das blaue Ding einfach nicht fahren. Da häng ich lieber. Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Ich hab das voll vergessen. Jetzt haben sie, jetzt haben sie bei mir geschrien. Das waren aber Passanten. Was wollen wir denn hier nochmal? Ich hab das schon voll vergessen. Ich hab das Auto parken, obwohl bei mir in der Garage gar kein Platz mehr ist. Wow, Vorbereitungen bestanden. Wieso hab ich nur Gold? Ach, weil du nichts gemacht hast. Ich hab gehackt und, äh, ich... Und du hast keine Unfälle gebaut. Könnte daran liegen, aber, ja, Gold ist nun mal auch gut, wa? Ja, es gibt ja nichts anderes. Wär auch geil, ne? Platin bei Gold und so lieber ist nix und dann Bronze steht dein Name. Der Typ nervt. Tut mir leid, ich musste überspringen. Ich würde sagen, machen wir direkt weiter, ne? Ja, ja. Warte kurz. So, jetzt können wir. Hast du alles gekauft? Ja, ich brauchte nur schwere Panzer umkaufen. Du trittst bei mir noch bei. Ah, jetzt nicht mehr. Neee! Gibt's keine... San Andreas Style hier, in grün. Ah, ich nehm die Maske. Was hast du für'n Auto genommen? Corona. Du? Ich hab meinen T20. Haha. Ja. Fahren wir zusammen, oder? Ja. Okay. Wollen wir nicht mit dem T20 fahren? Nee, weil, ja, ich mein, man schafft die Mission auch so, aber ich will hier mitfahren. Okay. Wieso hast du so einen scheppigen Spoiler, Alter? Du bist scheppig. Du bist scheppig. Der ist... Das ist... Das ist GT-Flügel. Das ist der höchste, den du kaufen kannst. Ja, eben. Das ist es ja. Der Spoiler ist höher als das Dach, weil das ist einzigartig. Ah. So'n Ding muss man auf'n Mini packen, Alter. Oder auf so'n Smart. Soll ich mal... Die Hupe ist so geil. Wer fährt denn jetzt den Corona? Guck mal, wir haben schon einen, müssen trotzdem einklauen, weißt du? Ja, ja. Äh, wer fährt denn denn gleich? Du oder ich? Du. Ich will das nicht riskieren. Wir hätten auch mit meinen T20 fahren können. Warum? Wo bist du hin? Ich wurde voll zurückgesetzt, Alter. Bei mir bist du, äh, mittendrin ausgestiegen und wachst, dass ich ne Etage tiefer. Aha. Ja, sag doch, dass hier Schießerei ist. Ach, er ist ein Deck über mir. Ich muss erst einen hoch. Hallo. Stirb. Ich muss mal eben noch ne neue Panzerung. Hey! Willst du die nicht töten? Ne. Ich weiß nicht, als das Upgrade rauskam, ey. Und dann das Auto. Ich wollte das unbedingt haben, aber ich hatte kein Geld dafür. Ja. Jetzt hat er einfach jeder. Cool. Ich bin gleich wieder ein Level ab. Ja, ich bin auch in ein, zwei Tagen 150. Ja. Jetzt kommt die schon wieder. Wie heißt sie denn? Weiß ich nicht. Okay. Page. Die sieht voll komisch aus. Die wär doch was für Glal. Ja. Schon wieder nur bald. Hä? Haben wir schon wieder... Ist die Mission jetzt beendet? Nein, jetzt kommt noch der Hauptteil. Oh, ich bin Level doch nicht ab. Doch, doch, doch bin ich. Wow. Ich hänge mal wieder im Ladebildschirm fest. Bei mir steht Warte auf Spiener. Und ich seh noch den Kuruma im Hintergrund. Ich auch. Jetzt hab ich Schwarzbild. Ich auch. Muhohohohohohoho. Diese Spannung im Ladebildschirm. Wieso dauert das so lange? Also bei mir hat er. Ich bin grad einer am Rauchen. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt wohl mit meinem Internet nicht. Ah doch jetzt. Ah, ich bin auch einer am Qualen. Geht's jetzt eigentlich direkt weiter, oder? Ja, ja. Ja, ja. Bin jetzt einer um die Ecke gekommen und mich tötet, ne? Rast dich. Ich hab voll den Schuss im Rücken. Und in ne... 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 20. Meine Fahrerskills manchmal, ne? Da war mehr als genug Platz zwischen dem Auto und dem Baum. Äh, zwischen den beiden Autos. Ja. Und ich traf natürlich das Auto. Ah, ich hab grad ne Lampung... äh, Laterne umgefahren. Ah, das Radio ist geil. This is the revel of my life. Lauf zu singen. Ja, ja, ja. Waaaah. 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 Geld, 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 mein Geld, mein Geld. Da steht einer auf dem Dach, der will mich bestimmt töten. Soll ich mal eiskalt ne Granate hochwerfen? Weiß ich nicht, ob du das eiskalt machen sollst, aber ich fahr extra nach Hause, obwohl ich ne SMS bekommen hab. Ich bin tot. Du hast Selbstmord begangen. Mein Auto. Ey! Du blöde Olle. Komm her. Ah. Nimm lieber an, schnell. Ich hab noch gar nichts bekommen. Junge. Jalla. Jalla. Junge. Jalla. Junge. Ich hab gestartet. Äh. Wieso? Ich muss noch Panzerung und so kaufen. Hast du das hingekriegt? Ja. Was willst du machen? Fahrer oder Hacker? Fahrer. Oh Gott. Ich mach mir bei beiden Rollen, die du spielst, Sorgen. Warum? Ich klopfe wieder an deiner Tür mit meinem sexy Outfit. Bei mir hast du geklingelt. Ich klopfe. Dann hast du wohl dich bei Ego vertan. Ich klopfe. Oh ne. Ja. Deine erste Mal. Drück weg. Drück weg. Oh. Mach 50-50. Nein. 50-50. Ja. Kann ich machen? Ja, ne? Mhm. Wie viel krieg ich jetzt eigentlich? Drei Dollar oder so. Outfit Treffohr. Warte mal. Ey. Ich will mein Outfit selber aussuchen. Dann mach das doch. Aber wir können nur diese schäbigen Masken nehmen, ne? Weil nämlich mal die gleiche, wie du hast. Ah, komm. Hä? Hast du dich normal angezogen? Ja. Wieso tust du das? Weil ich keine Lust drauf hatte. cool. Warte mal. Ja man, die Hupe hab ich auch. Hier. Aber mein T20 ist einfach auch cool. Ah, ich hab jetzt so drauf mit dem Fahren. Ich glaub das sind doch meine Fahr-Skills. Ja. Das sind meine Skills beim Fahren. Ich kann nicht fahren. Alter. Ich komm dann gleich mal nach, ne? Ja, ich warte dann da gemütlich. Wir wollen ja nur einen Raub starten. Nein, gut, komm. Jetzt fahr ich mal vernünftig. Ah, komm. Die nächste kann ich auch noch nehmen. Ich fahr die ganze Zeit einfach nur geradeaus, Alter. Ich bin da. Wo bleibst du? Lava, bist schon da? Ja, wie weit musst du noch? Ein Kilometer. WTF? Wo bist du? Ich bin immer geradeaus gefahren. Toll. Jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Ich sitz gemütlich als Beifahrer im Auto. Dreckige Mistkacke. Hauptsache, du machst die Tür von deinem T20 zu. Geht ihr bei mir wieder auf? Ja, bei mir ist sie auch offen. Komisch. Ich hab grad keinen Sound, Alter, beim Fahren gehabt. Bitte mach keine Unfälle und so, wa? Warum? Ich hack jetzt. Ja, weil es scheiße ist. Okay, ich geb mir Mühe. Oh, oh, oh. Auf T3, ne? Wenn man gehackt hat und der Beifahrer hat Drifts hingelegt und so hat er manchmal geruffelt. Boah. Ja, aber. Das ist richtig schlimm, ja, ja. Ah, wie du siehst, ich baue grad keinen Unfall. Oh, das könnte jetzt einer werden. Ah, ne, doch nicht. Boah. Jetzt hab ich einmal geträumt. Ich seh das nicht, weil ich schon am Hacken bin. Ich seh das nicht, weil ich schon am Hacken bin. Ja, was mach ich denn jetzt hier? Siehst du, deswegen hasse ich Hacken. Aber wenn du das machst, dann schaffen wir die Mission gar nicht. Ich glaub's nicht, ey. Das ist schon peinlich. Was denn? Ja, ich schaff das hier grad nicht. Hehehe. Hehehe. Ey, kann der Typ mal aufhören zu labern? Ey, das liegt aber nicht an mir, dass du das nicht schaffst, ne? Wir sind gleich da. Setz mich noch unter Druck. Hehehe. Entschuldigung. Wir haben noch zwei Minuten. Die Zeit. Nein. So war das nicht gemeint. Ich wollte dir den Zeitdruck wieder wegmachen. Ach so. Ja, zwei Minuten reichen nicht. Ich brauch mindestens 50. Okay. Ich park dann mal eben kurz hier. Ja, ja. Du kommst hier nicht vorbei. Boss, ey. Das zweite schaff ich viermal nicht, ne? Und das dritte, das schwerste schaff ich direkt. Bist du fertig? Ja, ja. Bei mir steht noch, warte bis der Heck abgeschlossen ist. Ah, jetzt hab ich hier so ein Bild von Lester. Kann ich los? Fahr zur Bank. Ja. Ich kann immer noch nicht aus. Ah. Bei mir fährt die KI vorne gegen so'n Stromkasten. Hm. Drehen durch die Leute. Kann ich jetzt aussteigen? Ja, ja. Ja, ja. Jetzt geht's los. Ja, du musst die alle in Schach halten. Pass auf, da hat da nichts passiert, wa? Mach die Kameras kaputt. Ja. Renn rein. Wo ist denn noch eine? Da sind vier oder fünf Stück. Die sind auf der Karte. Und pass auf, dass der Typ da nicht den Schalter drückt. Was? Wie sieht's aus bei dir? Ich schieß um mich. Wieso darf ich keine Leichen töten? Ach, keine Leichen töten. Wieso darf ich keine Zeugen töten? Weiß ich nicht. Ich töte gerne Menschen. Oh. Ich hab's geschafft. Das beweist deine Fahrkünste. Ich? Ah, fuck. Darf ich jetzt jemanden töten? Hör bloß auf, komm, jetzt rein das Auto, fahr. Steig ein. Go, 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 go. Komm, 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 komm. Einfach nicht schießen, einfach fahren, schnell. Ich fahr doch schon. Wo muss ich eigentlich hin? Geradeaus. Ach, ja. Alter. Einfach durch, wa? Ja. Boah. Alter. Erst glitscht der durch die Gegend. Ey, lass dich jetzt nicht von der Polizei hier im Fluss schubsen, wa? Das ist mir auch schon mal passiert. Eilo. Ey, ich krieg die ganze Zeit Schaden, obwohl wir in einem gepanzerten Fahrzeug sitzen. Der ist wohl doch nicht so gut gepanzert, wie immer alle sagen. Ich bekomm keinen Schaden. Ich weiß nicht, was du falsch machst, wa? Oh. Ey, schnell, beeil dich. Ich bin aufm Weg. Mach ich mir berechtigte Sorgen? Ja. Geil. Die können uns aber keinen Platten schießen, oder? Gib Gas, Alter. Was macht denn der schon so weit da vorne? Alter, hat er bei mir grad gebackt. Alter. Bei mir hat sich grad mein Spiel rausgetappt. Scheiße. Ich merk das. Fahr schnell drunter. Gleichmäßig. Gleichmäßig. Schaffst du das? Hallo? Nimm doch uns mit, Alter! Was ist das? Was? Was ist denn jetzt los? Hallo? Was macht der denn? Hä? Wieso hat der uns denn... Wieso hat der uns denn... Wieso hat der uns nicht mitgenommen? Was ist das denn? Hä? Ach nee, Leute. Hast du einen Neustart gemacht? Ja. Äh, ja. Ich glaub, wir müssen jetzt nur flüchten. Okay. Ey, aber... Dass ich mein... Dass ich das auf einmal voll raus tappt... Wieso ist das passiert? Oh nein, ich glaub, wir müssen echt nochmal neu hacken. Bitte nicht. Äh, neu überfallen. Oh nein. Ich krieg nur 71.000. Doch, es ist sie, glaub ich. Och nee. Warte, ich muss ne andere Waffe nehmen. Ich nehm jetzt einfach die. Dieser Hä? Wo ist denn die letzte Kamera? Ach, da. Ja. Was machst du da? Oh, scheiße, ich hab ein... Nein. Das ist nicht dein Ernst. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung, ich wollte an dem vorbeischießen und hab dem voll in den Arm geschossen. Ich hab den nur in den Arm geschossen. In den Arm. Die Menschen heutzutage halten nix mehr aus. Scheiße. Entschuldigung. Ich nehm jetzt einfach meine Schrotflinte. Was hab ich in der Hand? Okay. 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 Ach so. Please don't shoot me. Wie der Ventilator einfach nicht kaputt geht. Endlich, ey. Bist du bereit? Tapp dich bitte nicht raus. Ich hab nichts gemacht. Das ging auf... Ich wurde auf einmal rausgetappt. Kam da irgendeine Meldung oder so? Ja. Was denn? Irgend so ein hässliches Update. Bestimmt Windows 10 Update oder so ein Mist. Irgendwie sowas. Ich will im Moment noch kein Windows 10. Schade, diesmal fliegt der nicht so rum. Komm, Bulle, 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 Bulle. Und... Ja, endlich. Ich liebe es, wenn die so rumfliegen. Und der nächste. Bam. Tschüss. Jetzt muss er uns aber mitnehmen. Ja, wenn mich war, dann flippe ich aus. Ich auch. Ich werde schon mal ein bisschen langsam. Ja, nicht zu langsam, weil der fliegt weiter. Der wartet nicht. Der hat keinen Bock auf uns. Langsam mal. Ja. Boah, ey. Ich dachte schon, ey. Endlich. Drecks, müsst ihr unten. Wir werden da auch gar nicht hin und her geschleudert, weißt du? Geht irgendwie so Richtung gar nicht wahrscheinlich. Oder ist der Ziel, sowas so. Da kommt dein bester Freund. So wenig haben wir nur mitgenommen. So einen kleinen Kisten. Ja, so einen Kasten, ja, ja. Weißt du, der sagt nicht, klammern, aber ruft, sobald du online bist, zwei Millionen mal an, weißt du? Da ist schon wieder irgendwas ganz falsch. Wie, ja, okay, ich hab fürs Hacken viel zu viel Versuche gebraucht. Aber wenn man mal Offscreen statt nochmal spielen soll, dann hackst du und dann weißt du, warum das scheiße ist. Ja. Ey. Das hat geklappt. Und ich würde sagen, hiermit beenden wir mal unsere Folge für heute, wa? Oder nicht? Ja doch, in der Kneipe. Ja. Komm. Ich hab weißen Bildschirm. Sehr schön. Ey, was ist denn jetzt los? Erst hat sich der Mist hier raus und jetzt kommt Sobat. PC wird ja runtergefahren. Boah. Dann heulich. Ich lach mich kaputt. Irgendwas stimmt hier nicht. Doch, der lädt jetzt die Kneipe wahrscheinlich. Ich bin auch noch im weißen Bildschirm. Ach so, ja, okay. Ah, jetzt krieg ich Nachrichten. Jetzt steht bei mir, ich bin mal gestorben. Ja, Mann. Ja, das war's dann auch mal wieder. Und wenn, gut, nicht wenn, sondern nächste Folge wird dann die Human Labs Mission gestartet. Weil da haben wir eigentlich ganz gut mitgemacht beim ersten Mal. Und da haben wir uns mal gedacht, so, ja, komm, nehmen wir das mal auf. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschööö. Ciao.